Linde Engineering mit Sitz in Pullach bei München gehört zur Weltspitze, was den Bau von Industrieanlagen angeht. Weltweit sind nur wenige Unternehmen in der Lage, diese Anlagen zu konstruieren und zu bauen. Heute sind wir im internen ReproCenter, wo sämtliche Konstruktionszeichnungen und Pläne gedruckt, gefaltet und verschickt werden. Früher wurden die Pläne vorwiegend in Schwarz-Weiß gedruckt, doch heute sind farbige Pläne nicht mehr wegzudenken. Seit Oktober 2015 vertraut Linde auf PageWide XL. Der PageWide XL 8000 ist der derzeit schnellste Großmarktdrucker am Markt, mit dem Schwarz-Weiße und farbige Plots in einem einzigen Durchgang gedruckt werden können. Bei uns hat die Farbe voll eingeschlagen. Erst im A4-Bereich, dann im Zeichnungsbereich, ist gar nicht mehr wegzudenken. Früher war die Farbe nur für Besonderheiten und jetzt ist die Farbe plötzlich in diesen großen Dokumenten mit verpackt. Wir haben schon vor fünf Jahren davor dran gesagt, die nächste Maschine, das wäre es, wenn die beides kann. Von der Geschwindigkeit her. 99% läuft auf der und vorher haben wir eine schwarz-weiße und noch zwei farbige dastehen kann. Interessant ist der Quadratmeterpreis, der gerade wenn man die gemischten hat, also das heißt Schwarz-Weiß und Farbe, der ist sehr konkurrenzfähig. Ja, was würde passieren, wenn man mir die Maschine wieder wegnehmen würde? Wäre tatsächlich ein Problem. Ich müsste mir eigentlich dann wieder zwei Maschinen besorgen, um das Volumen abarbeiten zu können. Aber das müsste auch wieder eine Person machen. Das wird schwierig, weil ich mir dadurch eigentlich eine Person gespart habe. Jetzt kann jetzt eine Person das ganze Volumen mit dem Gerät lösen. Wüsste ich jetzt im Moment eigentlich nicht, wie ich das lösen soll, auch aus der finanziellen Seite.